Herzlich willkommen zum nächsten Video aus dem Videozyklus zum Arbeitsblatt zu den linearen Funktionen. Was brauchst du bis jetzt? Du solltest bisher wissen, dass eine lineare Funktion die Form f von x ist gleich k mal x plus d hat. k und d sind dabei irgendwelche reellen Zahlen, die eben definieren, welche lineare Funktion wir haben. Wenn du das nochmal wiederholen möchtest, dann kannst du dir gerne nochmal das Video, was ich am Anfang des Videozyklus gemacht habe, anschauen, beziehungsweise einfach am Arbeitsblatt weiter oben schauen. Vielleicht fällt dir dann wieder ein, was wir damals gemacht haben. Außerdem solltest du bereits wissen, dass der Graph einer linearen Funktion eine Gerade ist. Und außer Geometrie solltest du mitbringen, dass zwei Punkte ausreichen, um eine Gerade eindeutig zu bestimmen. Ja, also wenn ich zwei Punkte habe, weiß ich genau, welche Gerade da durchgeht. Was ist das Ziel für dieses Video? Am Ende dieses Videos wirst du in der Lage sein, aus einer gegebenen linearen Funktion den zugehörigen Graphen zeichnen zu können. Na gut, legen wir los. Wir schauen jetzt nämlich dieses Kasterl hier an. Und da steht ja ganz am Anfang, gegeben ist eine lineare Funktion g, ja. Mit g von t ist gleich 4 Simptel mal t minus 2. Gut, erste Frage. Ist es wichtig, dass wir die Funktion f von x nennen? So haben wir es ja vorher auf der letzten Folie eine lineare Funktion definiert. Naja, nein. Ob wir die jetzt f oder g nennen, das ist natürlich egal. Also es könnte ja sein, dass wir hier irgendwie ein Gewicht betrachten und da kann es einfach der Lesbarkeit halber wichtiger sein oder leichter sein, sie g zu nennen. Oder vielleicht haben wir eine andere Funktion f schon und wir können den Buchstaben f nicht noch einmal verwenden. Das heißt, wir sehen, dass g von t ist dann einfach auf der, ich sage mal, y-Achse aufgetragen. Und vielleicht fällt dir auch auf, dass wir hier kein x haben, sondern ein t. Naja, dann haben wir halt eine t-Achse schon in der x-Achse. Aber an der Mathematik selber ändert sich dadurch nichts. So. Rechts ist ein Ausschnitt vom Koordinatensystem dargestellt. Und es gibt jetzt genau zwei Punkte in diesem Ausschnitt, wo sowohl die, ich möchte fast sagen x- und y-Koordinate, aber eigentlich die g von t-Koordinate und die t-Koordinate ganzzahlige Werte haben. So. Deine Aufgabe ist jetzt, diese beiden Punkte zu finden und danach, indem du sie verbindest, den Graphen der Funktion g konstruierst. Wie immer gebe ich dir drei Sekunden Zeit, damit du Zeit hast, das Video zu pausieren und darüber nachzudenken und ein bisschen auf deinem Arbeitsblatt mitzumachen. Und wenn du fertig bist, kannst du dir gerne anschauen, wie ich das gemacht hätte. Also drei Sekunden ab jetzt. Super. Also. Wenn wir uns das anschauen, dann haben wir ja, hat ja die Funktion, die Form g von t ist gleich 4 Sehntel mal t minus 2. Wenn das Ganze eine, ähm, eine ganze Zahl sein soll, naja, die minus 2 können wir wieder weglassen. Weil wenn das 4 Sehntel mal t eine ganze Zahl ist, dann kann ich 2 abziehen, dann habe ich wieder eine ganze Zahl. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass diese 4 Sehntel mal t eine ganze Zahl werden. Naja, eine Möglichkeit wäre, indem ich mir g von 0 ist gleich 4 Sehntel mal 0 minus 2 anschaue. Weil dieser Bereich hier ist ja 0. Das heißt, wir bleiben nur minus 2 über. Gut. So weit, so gut. Das heißt, 0 ist eine ganze Zahl, minus 2 ist eine ganze Zahl. Das heißt, beide Kondinaten sind ganze Zahlen. Das heißt, wir haben unseren ersten Punkt. Und p1 ist gleich 0 minus 2. Und im Kondinatensystem befindet sich der hier. Gut, das war der erste. Welche andere Möglichkeit haben wir? Naja, wenn ich mir das geschickt anschaue, dann sehe ich ja, wenn ich für t 7 einsetze, dass sich dann die beiden 7er wegkürzen. Und mir bleibt der 4er als ganze Zahl oben stehen. Das heißt, wenn ich habe g von 7 ist gleich 4 Sehntel mal 7 minus 2. Naja, das was ich gerade gesagt habe, ausgerechnet, ist gleich 4 minus 2 und das ganze ist 2. Das heißt, wenn wir 7 einsetzen, kommt uns 2 heraus. Das heißt, der zweite Punkt, der beide Koordinaten als ganze Zahl hat, ist der Punkt in einem p2, ist gleich 7,2. Und wo befindet sich der im Kondinatensystem? Naja, hier heroben. Gut. Als nächstes brauche ich diese beiden Punkte nur mit dem Lineal verbinden. Wenn ich das mache, kommt mir eine Gerade raus. Und diese Gerade entspricht genau dem Graphen der Funktion. All und für sich wären wir jetzt fertig mit diesem Arbeitsauftrag. Aber wir können gerne noch die Probe machen. Und zwar können wir überprüfen, ob diese Gerade die richtige Steigung hat. Die Steigung einer Gerade ist hier definiert als K ist gleich Delta Y durch Delta X. Und, naja, was ist denn das Delta Y und das Delta X? Wenn wir hier das Steigungsdreieck einzeichnen, dann habe ich hier als Delta Y die, also 4 und Delta X 7. Das heißt, ich habe genau 4 geteilt durch 7. Und wenn ihr das vergleist mit der ursprünglichen Funktion, die wir gegeben gehabt haben, da steht ja hier genauso 4 Simptel. Was genau der Steigung uns spricht. Das heißt, wir können sagen, dass die Ergebnisse, die wir haben, vernünftig sind, weil uns genau die Steigung herauskommt, die wir am Anfang gegeben gehabt haben. Ich hoffe, du hattest Spaß. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.